Da, die Waffe selber, die zweite Waffe. Ach so! Die ist back, da... Wo? Die ist innen, die ist Schnaiper. Ich hocke! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Wacht dran, guck dir, Mann! Geht das an? Warum drehen sich das eigentlich? Das ist ein bisschen viel blöd! Verladung, Wind! Feindliche Drohne über uns! Kann ja schon blöd sein, aber dann den Fallschirm wieder vergessen zu öffnen. Das dreht sich immer noch, ne? Nein! Boah! Das schreibt mich doch nicht. Nein, wo ist der? Ich wollte gerade ein Foto machen! Juhu! 500 Geld! Ich muss hier die Leichen markieren! Wir können immer noch hier bleiben, alle! Ich stelle dir vor, die Zone endet hier beim Stadion, Alter! Da haben wir so eine geile Position, Junge! So, jetzt habt ihr die Leiche markiert, wir können gehen! Ey, warte! Ich bleib hier, Alter! Ach, das war auch ein bisschen! Nein, nein! Alter, 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 Alter! Ich gucke, ob hier jemand an die... Ich hab immer noch null Klicks! Wenn hier jemand hinkommen will! ... Vielen Dank.